Argon Balance – Einfach ganz leben Nina Martin und Benedikt Probst Plane nicht, lebe! Wie du ohne Masterplan glücklich wirst Gelesen von Julia Preuss Ein Hörbuch des Argon Verlags Vorwort Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Aus New and Selected Poems von Mary Oliver Wer kennt sie nicht? Die Frage Sie tritt in unterschiedlichen Formen auf. Angefangen hat es in unserer Kindheit. Damals begegnete sie uns als ein gesäuseltes Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Später tarnte sie sich im Smalltalk auf Partys als ein zwischen zwei Schluck Bier geklemmtes Und was machst du so? Und in Jobinterviews versucht sie sich gar nicht erst zu verstecken. Wo sehen sie sich in fünf Jahren? Es ist die Frage nach dem Masterplan für unser Leben, den wir bitteschön parat haben sollen. Alles andere würde unser Gegenüber enttäuschen. Und das wollen wir ja nun wirklich nicht. Die Frage nach dem Masterplan verfolgt uns aber nicht nur in unserem Berufsleben. Denken wir nur mal an die wohlbekannten Fragen Willst du mal Kinder haben? Oder ist das der Mensch, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen möchtest? Möglichst in jedem Lebensbereich sollen wir genau wissen, was wir wollen und was uns gefällt. Aber woher sollen wir denn so genau wissen, was uns für den Rest unseres Lebens gefallen wird? Sich jetzt schon im Klaren darüber sein zu müssen, was wir in ein paar Jahrzehnten mögen werden, könnte ein bisschen zu viel verlangt sein. Warum erwarten wir das von uns selbst und anderen? Denn nur so kann man sich ein glückliches Leben aufbauen, wenn man weiß, was man will. Wer keinen Plan hat, kann also nicht glücklich werden. Erst wenn die eine Berufung entdeckt oder die Liebe fürs Leben gefunden ist, dann beginnt das große Glück. Das ist die weit verbreitete These. Um es kurz zu machen, dieses Hörbuch möchte dich vom Gegenteil überzeugen. Es ist ein Plädoyer und eine Anleitung für ein Leben ohne Masterplan. Wohl bemerkt, nicht für ein Leben in Planlosigkeit. Pläne können das Leben bereichern, ihm eine Richtung und uns eine Identität geben. Was wir kritisieren, ist ein Leben nach einem rigiden Plan, auf einem festgelegten Weg ohne Flexibilität. Es geht uns um einen Lebensentwurf, nach dem du nicht schon heute wissen musst, was du morgen sein und machen willst. Ein Lebensentwurf, nach dem du nicht stur auf eine Richtung festgelegt bist, sondern deinen Beruf, deinen Lebensstil, deine Entscheidungen jederzeit verändern darfst. Und das Interessante dabei. Diese Lebensweise macht dich am Ende vermutlich sogar sehr viel glücklicher, als du es sein könntest, wärst du einem mehrjährigen und bis ins letzte Detail ausgearbeiteten Schlachtplan gefolgt. Auf diesen Gedanken kamen wir, Nina und Ben, mit etwa Mitte 20. In dieser Lebensphase hat man typischerweise schon einige Weichen für sein zukünftiges Leben gestellt. Man hat die Frage nach dem Masterplan schon etliche Male gehört und mittlerweile auch eine Antwort darauf parat, die sich einigermaßen richtig anfühlt, insofern man nicht allzu lange über sie nachdenkt. So war es auch bei uns. Ben strebte eine wissenschaftliche Karriere als Ökonom an und Nina plante, als Organisationsberaterin aufzusteigen. Aber dann ist etwas passiert, von dem wir dir im nächsten Kapitel erzählen möchten. Nina erfuhr, dass sie in ihrem Leben unwissentlich bereits mindestens 25 lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen überlebt hatte. 25 Mal hatte ihr Herz bereits aufgehört, regelmäßig zu schlagen und sie war bewusstlos geworden. 25 Mal hatte ihr Herz durch unglaubliches Glück seinen Rhythmus wiedergefunden und sie war wieder aufgewacht. Wenn man also in seinen Zwanzigern erfährt, dass man statistisch gesehen schon längst hätte tot sein können, stellt man sich einige Fragen. Eine davon war, lebe ich eigentlich das Leben, das ich wirklich leben will? Nina begann den großen Plan, den sie für sich ausgearbeitet hatte, zu hinterfragen. Wollte sie wirklich so viel Zeit damit verbringen, PowerPoint-Präsentationen zu basteln und weiße Wände mit bunten Sticky Notes vollzukleben? Ihr fielen zahlreiche Dinge ein, die sie eigentlich in ihrem Leben machen wollte. . Genauso eine Wände. In der Frage des practicallyen Wände, in der Frage das was differently dazu, 거 стен man verbring,